Teppichreinigung Böhm. Der Familienbetrieb befindet sich seit 1987 in der Dammstraße 12 in Neusäes-Westheim. Unser junges und dynamisches Team ist bestens ausgebildet, um Ihren Ansprüchen entsprechen zu können. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Handteppichwäsche, insbesondere der Spezialwäsche für Orientteppiche. Des Weiteren führen wir Polstermöbelreinigungen, Polsterwäsche sowie Matratzenreinigungen durch. Auch bei Brand- oder Wasserschäden sowie Reparaturarbeiten sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie. Informationen über unsere gesamten Leistungen finden Sie unter www.teppichreinigung-böhm.de